Musik 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 Hallihallo Das sind wir von einer weiterer Folge Win-Kaak Mit dem Brandon und mit dem Andi und mit mir Im Brandon So Und mit mir im Brandon Ok? Ich muss mich Bei der Make-off-Account Ich muss mich Zweimal nennen Ok Wobie ist das? Die Orientierung Witterrei? Halt dann Halt Halt Spass Spass Bin ich das? Oh nein Nein, der Pampan bin ich Es legt mich Ich bin einfach in der Ich bin Aha, ich habe mich einfach durch Durchgeladiert Uh Wotschen Kegs Wotschen 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 gelaufen? Wieso habe ich immer so wenig gelaufen Ja Jo Benutzt Dismana Jo Benutzt Dismana einfach so Ach nein Nein Benutze ich Du Du benutzt Dismana Ok Ok Natürlich Komm mal Ich bin schneller hast du Ich bin schneller hast du Ich bin schneller hast du Ah come on He Challenge accepted Komm jetzt Er ist schneller Er ist schneller Es war sehr gleich Ah der Ah der Ah der ist stillgepasst Bist du gut oder nicht kaputt? Er ist kaputt Er ist kaputt Er ist kaputt Also Müssen wir durch durch Flutschen Ich will nicht Ich will nicht Ah Ich kann einfach durch Woh Ok Oh geil Er hat einfach durch Klatscht 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 Du hast wenig live Hihi Hihi Boah Wie sollte das funktionieren? Also Boah Du hast schon mal aufs Map gelockt Ich glaube das habe ich nicht dafür gemacht Weisst Das man die Map nimmt Weisst Was? Du hast schon mal auf die Map geschaut Was hast du mit der Map? Ja Schau sie mal an Da ist ja nicht nur die Höhe da drauf Ähm ich bin es einfach in einem Spinner Wuuuuh Du hättest da oben durchsetten Scheisse Mit mit Ok Ok Du siehst du spinnen Du musst hier hinten Du musst nach links Du musst nach links Ja Ja Hier oben Oh Gott Gott Du schaust einfach random runter weisst Nein Ich bin einfach runter Teleportieren Ich bin einfach runter Ich bin einfach runter Teleportieren weisst Einfach so Einfach so Jollah 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 Ich bin geil Warte mal Du kannst glaube ich auch auf der anderen Seite normal laufen Du weisst Einfach dran Aber da muss ich auch tausende davon spinnen Auswickeln Ha du bist schnell da zu tun Ha gay Ha Ich bin zurückgelaufen um dich zu helfen Dich helfen Oh geiles Deutsch du hast Uh Geiles Deutsch du hast Uh Du hast dich zu helfen Oh Sie sind ja eigentlich schon noch geil gemacht in Dungeons Früher sind sie mega leid Früher ist das einfach so ein Dreck Loch gewesen Nein Das scheisse Gefühl Ähm Ich glaube da muss man wieder rufen Scheisse Gefühl Ich glaube du würde mich hier auf Oder Jo Wer ist so einmal runtergegangen? Hm Du Ok Endpost Ich mache es für Endpost ohne du Nein warte Ich habe ohne dich Oh ohne du Ich muss eine epische Musik Ich muss eine epische Musik hin und du schnell Bostro Ich nehme auf Warte 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 Jo ich weiss Aber ich habe die epische Musik gerade abspielen Wow ich habe das Loch nicht gesehen Warte 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 Level 25 Andi Ich habe jetzt weiss Du hast schon einmal auf dieses Level geschaut Scheisse Es ist egal wir sind etwa 2 Warte 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 Ich habe jetzt aufgedruckt Warte 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 w Ich bin schon so am Campe. Und jetzt bocke ich in der Wand. Wow, wow, wow. Verpisst dich, du scheiße Fe... Nein! Das ist einfach der scheiss Boss. Ich bin tot. Hä? Flying is not a na... Flying is not a na... on the server. Oh, der Windkraft ist einfach so scheisse ver... ver... ...verbockt. Ich bin einfach im Ding hineingegangen. Was? Im äh... Spinnennetz. Ich fleiss nur den Nebel... Hauptsache, ich kann nicht mehr hinein. Wie hinein? Ich kann nicht mehr hinein. Ich kann keine Schlüssel mehr. Das ist gay. Und du kannst keine Schlüssel mehr mehr holen. Doch, es hat doch nicht hinein. Nein, du musst... Im Urschens. Nein, ich muss zuerst... Ich muss zuerst eine andere Schlüssel holen... Und du hast eigentlich einen anderen Schlüssel. Aber du musst alles wieder ganz zurück. Das ist richtig gay. Nein, das ist doch scheisse. Ein Spider-Key. Und ein Spider-Key kriegt man ja erst, wenn man den anderen Key hat. Und ich gerade nochmal... Ich habe zwei Spider-Key. Ehm... Das darf man nicht bezahlen. Oh, sonst ist das scheisse... Jo, das ist scheisse, Alter. Boah... Oh, Lippen-Gi. Oh nein, ich muss ja traden. Oh nein, Scheisse. Ich habe jetzt 17. Boah... Ähm... Musst du noch etwas rausschmeissen? Ich glaube, ich wirf eine von den 2'000 Healing-Dinger raus. Das sieht einfach wie die Sauberin aus. Guna... Wenn ich dich mit... Wenn ich dich mit... Wenn ich dich mit... Dann ist einfach jeder Tag. Boah, hör auf, irgendetwas reinlegen. Ist gut zu länger. Sicher nicht, ich kann das rein tun. Ich brauche doch noch etwas reinlegen. Nein, du kannst auch nichts reinlegen. Ja? Ja. Ohne so, sagt mir das kein Mensch. Wieso sagt mir das kein Mensch? Darum. Menschen. Halslos. Weil Menschen als Scheisse sind. Kein Knockback und ein Schabendes. Ich glaube, ich will das nicht mehr Schabendes. Hä? Was? Es liegt einfach bei mir. Was? Jetzt bin ich tot. Dein Ernst? Nein. Aber es liegt irgendwie bei mir. Hä? Nein, es bockt. Wollen wir vielleicht noch etwas über eine Quest machen, bevor wir das machen? Ich bin schon drin. Warte. Wo kommst du jetzt? Ja, wenn du den Key noch nicht abgehst, bist du nicht drin. Ich kann gar nicht rein gehen. Wo bist du? Ich bin beim Villager. Aha, dann muss man einen Rechtsklick auf den Villager machen. Ja. Oder du willst das automatisch abgeben? Nein, du musst es machen. I have one. I have one packet of Char. So. Come on, Andy. Ich habe nur drei Herzen. Ich habe einen Halvlab. Ich packe im Boden. Ich nehme die Teppetische noch einmal. Aiden, Aiden. Ja. Okay. Klinika. Ah, endlich bin ich heute aus dem Boden. Weisst du? Die Ruhigkraft ist auch nicht mehr so verpackte Scheisse. Weisst du verstehst, Andy? Verstehst du? Verstehst du? Bereuch dich. Scheisse, was? Bereuch dich. Lollisch dich? Bereuch dich. Ah, rede mal die gleich. Wow, wow, wow. Okay. Bald tot, bald tot. Halt jetzt! Glaub ich noch? Scheisse. Oh, drei Herzen. Oh Gott. Alter, was ist das denn scheisse? Jungen. Ich glaube, es sind nur Low Level. Ist mir scheisse egal. Also wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann shippen wir dann auf. Dann müssten wir uns noch neue Kies holen. Das würden wir aber dann noch mal machen, wenn... Wow, 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 wow. Ich bin fast schon. Eine halbe Hälte. Hast du noch ein bisschen zum Sofen? Ja. Gut. Lass dich los, einfach durchraschen. Ja klar. Aha, Andy. Ah, er hat den Jump geschafft. Ich muss... Zweiter geschafft. Ich muss gar nicht. Was? Ja, 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 ja. Ja. Nein! Es wird sich ein Fleiß mit dem Nebel und es... Oh ja, stimmt. Ich kann mich ja heilen. Ich bin irgendwie ein Idiot. Boah, ich bin so dumm. Aber das mit dem Flying macht es... Boah. Aber das mit dem Flying macht... ...macht immer ja automatisch. Also... Ich weiss. Du kannst natürlich enablen, dass du es kannst... ...aber dann hast du halt... ...den Hälischer Schutz nicht mehr. Ähm... Wo geht jetzt hier? Bist du da? Nein, das ist... Nein, ich bin runter und jetzt weiß noch, wo ich wieder hoch muss. Lapppääääh! Ah doch, hier. Aha, er hat doch hier. Ein Fernroh. Was darf du den Feuchklassen? Hey, schau dir jetzt den Töps! Kollege, Kollege! Ich will mit dir in den Mikro. Das ist unsere Chance. Wieso gehe ich immer runter? Hashtag Leben? Nein, Hashtag den Spellgut nicht da hin, wo ich will. Wie wäre es, wenn du konventionell jumpst? Wäre ich doch nicht... Weißt nicht mehr, was konventionell heisst. Da? Hier im Zusammenhang, ja. Oh geil, das habe ich von 3 Minuten Geschwindigkeit rein. Ja, ich auch. Nein. Das ist der Bogenschütz. Scheissegefühl. Ich brauche Fabio. Du darfst mich raus, Töppli. Scheissegefühl, Andi. Ich bin daheim. Nein! Der nächste Jump versaut. Nein, du bist daheim. Du darfst nicht in die falsche Richtung der Gurke. Ich weiss nicht. Wenn wir mit denen mitgehen, das ist unsere Chance. Schön. Nein. Sie sind schon weiter als wir. Ah nein, sie sind nicht. Nein. Boah, das ist richtig gay. Du musst scheisse gehen. Boah, ich habe jetzt schon wieder drüber. Nein, 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 nein. Hä, wo muss ich wieder durch? Ich heisst nicht. Dort wo ich bin auf der Map. Und wo der Zornbitte. Immer im Cobblestone noch. Wenn du über den Fluss gehst, bist du falsch. Ah, ich habe es gefunden. Hey, hey, ich schaff's nicht. Wenn du bei 3 bist, hast du zu viel Rush. Wo ist denn? Ich kann niemand falsch. Dein Orientierungssinn ist einfach für den Arsch, ja. Ja, das ist nett. Spie 3 ist gay. Ich mach dich einfach wieder nach, weißt du? Easy. Easy. Ich hasse den Speeddrain. Weisst du, eigentlich beim Speeddrain solltest du schon drüberspringen. Fällst du denn schon ab? Ja, ich jump immer zu spät. Das war der Timer. Wo ist der Scheisse? Okay, ich bin dran. Wir sind genau gleich weit wie am Anfang. Ist dir das aufgefallen? Ja. Wir haben wenig. Okay, wir haben sogar noch Lust gemacht. Ja. Und damit beenden wir die Folge, die Feilfolge. Ja, wir haben jetzt die Folge, du bist der und ich nicht. Ja. Komm jetzt. Okay, das war's. Wir müssen uns abonniere uns. Abonnieren und überstudieren. Und liken und favorisieren. Und irgendetwas. Und ja, Andi, wir haben... Wir haben einen Twitter-Kanal, oder? Einen Twitter-Account. Einen Twitter-Kanal ist sogar wieder aktiv. Ja, ja. Also... Schaut... Schaut... Schaut...